lieber michael herzlich willkommen wir haben schon ein bisschen gequatscht für alle die hier zu sehen zuhören der liebe michael spricht heute über den github copilot mit einem eigenen use case sogar dazu über den wir schon uns ein bisschen unterhalten haben vor allem über die youtube-recherche wollte ich schon das englische wechseln über die youtube-recherche mit pfeifen programmieren für ahnungslose dementsprechend und natürlich lieber michael übergebe ich gerne an dich jetzt weiter du kannst gerne schon beginnen und ich wünsche euch viel spaß mit dieser session viel viel erfolg dir lieber michael und wir hören uns dann zum ende noch mal alles klar gut vielen dank herzlich willkommen jetzt an dieser späten habe es ist schon 18.30 schon spät also wird erstmal frisch dabei herzlich willkommen zu dieser kleinen session die relativ kurzfristig noch eingestreut worden ist mit der ich euch ganz einen kleinen interessanten use case da vorstellen möchte also fangen wir mal gleich an der titel dieser veranstaltung ist der github copilot youtube recherche python programmierung für ahnungslose ich habe mich mal an ein python projekt gewagt ohne große vorkenntnisse weil ich werde das gleich ein bisschen genauer erläutern und würde euch gerne mal davon berichten was ich hier gemacht habe und ich sage mal so was ich auch für erfahrungen dabei gesammelt habe was man damit tolles machen kann so am anfang vielleicht noch mal ganz kurz mein name ist michael gret ich bin ja seit vielen vielen dekaden mittlerweile in dieser branche tätig berate firmen kunden partner rund um das thema microsoft 365 somit schwerpunkten sharepoint in den letzten jahren überwiegend auch zum thema microsoft stream microsoft 365 und natürlich jetzt in den letzten anderthalb jahren auch rund um das thema ki weil es einfach nicht nur spannend ist weil es toll ist sondern weil es für jemanden der schon so lange dabei ist auch richtig cool es bin mvp halt für office 365 das seit 25 jahren und ich sammle auch ein bisschen was insofern seht ihr dass diese beiden bilder die hier da mit drin sind tatsächlich noch übergreifend existieren so am anfang der kurzen mini werbe blog ich habe im letzten monat nachdem ich meinen alten podcast nach 19 jahren jetzt mal so ein bisschen die ruhe geschickt habe habe ich einen neuen podcast gestartet der nennt sich hier copilot und beschäftigt sich halt mit microsoft 365 copilot verstehen und vor allen dingen produktiv anwenden und ja könnt ihr gerne mal reinhören und gerne auch mal feedback geben und hoffe dass ich darüber auch mit den zuhörern gut diskutieren kann was mit dieser ganzen technologie bei uns im arbeitsplatz auf uns zukommt und was wir da zu tun haben und da gab es ja heute hier auch schon ein paar tolle sessions in die ich immer zwischendurch mit reingeschaut habe während hier aber in meinem vorbereiten noch war ja soweit dazu also kommen wir mal gleich zum richtigen github copilot urgroup recherche python programmieren für ahnungslose was will ich euch eigentlich mit diesem vortrag zeigen also zum einen und das ist etwas was man ja mittlerweile auch sieht wenn es um die einführung von copilot geht wie kann man das am besten lernen wie kann man sich am besten mit dieser ki auseinandersetzen und sehen was man machen kann am besten ist immer wenn ein konkreten use case hat und versucht den damit umzusetzen und insofern habe ich einen konkreten use case mir genommen und habe mir dann mal gesagt mensch als mbp haben wir zugriff auf github wir haben zugriff auf den github copilot und wir haben sogar zugriff auf azure open ai und ich habe das noch gar nicht so richtig genutzt und außerdem habe ich so ein use case und vielleicht kann man da mal gucken alle sagen das ist so toll und so einfach vielleicht kann ich ja mal meine alten programmier wurzeln wieder aufgreifen und hier etwas machen also es geht zum einen darum so ein use case mal umzusetzen um euch zu zeigen was man da innerhalb von relativ kurzer zeit machen kann zum zweiten wie man vor allem damit arbeitet und wie man die unterstützung eines solchen copilot oder auch von chat gpt nutzen kann um ich habe es im vorgespräch ja schon gesagt echt richtig spaß an der ganzen sache zu haben und ja ansonsten ist es halt ein netter use case so deshalb willkommen in meiner werkstatt ich habe das dann versucht mal nachdem ich jetzt paar tage dran gewurstelt habe jetzt auch noch mal ein paar bisschen struktur umzusetzen also ich werde am anfang erst mal ganz kurze ungefähr drei vier minuten mein background erzählen damit ihr wisst dass ich nicht ganz ahnungslos bin aber was sowohl wie die voraussetzung ist warum ich mich jetzt auch damit beschäftigt habe und was ich so ein bisschen für ein grundwissen mitbringe denn das ist ganz gar nicht so unwichtig weil so von ganz null ist es ein bisschen sehr sehr also sehr forsch formuliert wenn ich sage python programmierung für ahnungslose so dann stelle ich euch das projekt vor die idee davon dann zeige ich euch welche bausteine ich verwandt habe um das umzusetzen und dann gucken wir mal in den code rein und schauen mal an wie das dann tatsächlich auch funktioniert und last but not least gibt es dann halt mal meine learnings die ich daraus gezogen habe meine erfahrung und natürlich auch wie mich das motiviert hat an diesem projekt weiterzuarbeiten und wie ich das vielleicht noch weiter ausbauen möchte so und das noch mal als ganz großen disclaimer da vorne dran ich bin kein programmierer ich werde auch mich hüten mit irgendwelchen profis hier konkurrieren zu wollen ich habe hier im prinzip ein proof of concept erstellt was für mich funktioniert auch immer nur so in der konfiguration die gerade läuft auch wenn ich das von einem rechner auf den anderen mache da muss man schon wieder mal nachgucken warum das ein oder andere nicht geht also es ist weder skalierbar noch proof und noch sicher und so weiter aber es funktioniert also für mich funktioniert es hat eine geschichte und ich habe muss auch nicht auf privacy oder sowas achten weil das thema was ich hier behandle im prinzip sowieso nur um öffentliche daten geht also ist das alles kein problem aber fürs lernen und probieren und um diesen use case umzusetzen absolut exzellent gut mein background ich zeige mal hier ich besitze tatsächlich immer noch meinen allerersten datenträger den ich mal erstellt habe so eine alte lochkarte und den kann ich heute immer noch lesen ich brauche dazu kein anderes gerät ich habe diverse andere disketten und so weiter hier die ich heute nicht mehr lesen kann und insofern ist das ganz lustig ja das war so mein erster datenträger die gestellt habe und das da rechts neben war mein erster computer den ich habe das war ein elektor junior computer der basiert auf dem 6502 prozessor da habe ich die platine noch selbst geätzt die bausteile gelötet und das war mit hexadezimal eingabe tastatur konnte man dort 6502 assembler programmieren grauenvoll bis der arzt kommt nachhinein hat das eigentlich nie ein richtiges programm darauf laufen lassen aber es war total spannend weil man hat so ein grundverständnis dafür gekriegt was ist ein prozessor was ist ein bus was ist ein speicher was ein rom was ein rem was ein eprom wie sieht ein lötkommen aus warum sollte man widerstände nicht unter allzu hohe spannung setzen und ähnliches also was hat man dabei gelernt und dann habe ich allerdings meinen ersten richtigen computer erworben und das war der commodore 3032 so der größere pad für die dies noch wissen hat im eingebauten grünen bildschirm tastatur mit drin und mit der data sette konnte man dann noch habe ich tatsächlich auch noch die alten datensetten habe ich auch noch konnte man dann programme dort schreiben und mit arbeiten das war richtig gut und die programme die haben wir damals so eingegeben ja hier ist noch das cbm spielebuch da waren endlose seiten mit code abgebildet die man dann händisch eintippen musste so das hat mich dann auch erfreut und dann hat man sich auch mal angefangen zu gucken was kann man denn da noch machen ich habe dann tatsächlich auch ein kleines mini assembler programm geschrieben auf diesem rechner das sieht der hier das habe ich dann bei der computerzeitschrift mc im wann war das im april 81 in der zeitschrift dort veröffentlicht und dieses programm konnte zwei dinge es konnte einmal den bildschirmkursor an den zeilen anfangs setzen wenn man die escape taste gedrückt hat und hat man shift escape gedrückt hat es ab dem cursor den rest der zeile gelöscht ich habe das deshalb hier erwähnt weil wenn wir da kommen wir am ende dieses ganzen vortrags noch mal darauf zurück und dann könnt ihr noch mal sehen was dabei geworden was daraus geworden ist so das war dann mein schritt und dann habe ich natürlich auch basic programmiert ich habe in meiner diplomarbeit auch noch mal sehr langen code geschrieben und das allerdings in die base in dem damaligen datenbank system was auf dem damaligen im pc oder in diesem fall auf dem commodore pc lief das sind auch so 20 seiten code die da geschrieben sind mit verschiedenen routinen es ging darum aus einem mainframe system wo ein unternehmensplanungssystem lag die daten die dort erzeugt wurden runter auf dem pc in die base als daten zu laden damit dann für weitere ausführung es auf dem pc funktionieren sollte und da habe ich halt diese zwischenstelle geschrieben ist heute noch auf dieser diskette vorhanden habe ich aber kein laufwerk mehr vor komme ich nicht mehr und insofern sind mir so ein paar grundlagen dieses ganzen programmierwesens schon bekannt dann habe ich aber nicht weiter programmiert weil irgendwann hat mir mein basic beim programmieren die zeilnummern genommen das fand ich eh schon müll bin noch mal ein bisschen darauf aufgestoßen beim sharepoint designer wo es dann darum ging so um workflows zu programmieren und auch so listen anpassung zu machen wird so ein bisschen css ein bisschen scripting und so weiter da habe ich nämlich noch ein bisschen reingehängt aber das war auch eher so mehr hat man gemacht aber letztlich letztlich war das immer kein programmieren also mit anderen worten ich weiß was ein programm ist ich weiß was eine programmiersprache ist ich kenne mich so ein bisschen den grundstrukturen von programmiersprachen mit variablen funktionen prozeduren und sowas aus ich kenne eine api weiß auch wie datenstrukturen aufgebaut sind habe ich auch schon mal auf github umgeguckt und ich kann in diesem zusammenhang definitiv sagen hier ist peiten in diesem kontext keine schlange so das ist sozusagen meine voraussetzung aber ich bin wie gesagt kein programmierer ich habe mich dann bei dem thema iot wenn die den raspberries rauskamen habe ich mir dann auch mal so arduino installiert und dann konnte man sich da auch so skripte fertig runterladen auf seinem arduino oder raspberry installieren dann liefen die alle nicht weil dann wieder die version nicht drin war es war irgendwie möglich aber es hat echt keinen spaß gemacht hat mir da einfach auch keinen spaß mehr gemacht so und jetzt das ist so meine grundvoraussetzung also von dem niveau arbeite ich jetzt also ich bin jetzt nicht komplett ahnungslos aber ich arbeite von diesem niveau aus und bin an dieses an dieses projekt angegangen so und meine projektidee ich habe ja gesagt wir machen das über news case meine projektidee war folgende ich in diesem ki zeitalter muss man ja irgendwie immer aktuell bleiben um zu wissen gibt es neue demos gibt es neue ankündigungen und so weiter gibt es jede woche gibt es fast das war im letzten jahr ja ohne ohne ende etwas insofern hat man sich natürlich seine informationsquellen aufgebaut und das ist bei mir zum einen immer noch das klassische twitter und ich werde es nicht nennen sondern ich nenne es immer noch twitter hat mir dort eine liste aufgebaut da sind ungefähr 130 quellen mit drin wenn ich die liste reingucke sehe ich da halt immer was da ganz aktuell rund um dieses thema gepostet wird da ist ja viel werbung und müll dabei aber auch immer wieder doch interessante sachen und man hat einfach auch darüber einfach auch menschen kennengelernt die sich dann intensiver und auch richtig gut damit beschäftigen die vielleicht auch völlig andere themen behandeln als in unserer bubble der aus dem professorenbereich oder ähnliches also total spannend meinen diese twitter liste ist völlig anders als meine bisherigen listen die ich dort hatte von sharepoint und microsoft 365 ganz anders dann natürlich auf linkedin und facebook hat man auch seine communities und seiten wo man es liest aber mein hauptinformationskanal ist eigentlich youtube und auch da habe ich mittlerweile in meinen abos ungefähr mehr ein gutes dutzend von kanälen mit drin von menschen die entweder jede woche einmal so eine news zusammenfassung machen die dann auf der anderen seite auch projekte arbeiten und zeigen wie sie in den projekten arbeiten natürlich die microsoft kanäle wo dann wie zum beispiel jetzt gerade vor anderthalb wochen dieses zweitägige bootcamp was dort kam wo auch ich glaube 13 videos mit dabei waren die man sich entsprechend anschauen kann und das ist so meine meine informationsquelle ja und der schwerpunkt liegt heute auf diesem thema youtube wichtig ist für mich ich sehe da die videos wie kann ich mich jetzt effizient informieren wenn da jetzt am tag bei mal wenn man mal hinguckt das mache ich so dass das bisher mache ich das dann halt irgendwie händisch dass man dann weiß ich was ein youtube video hat und sagt okay auf chat gpt habe ich ja ein gpt das nennt sich videosummarizer das funktioniert recht ordentlich da poste ich die url ran oder ich poste das transkript schon mal rein und sagt hier macht zusammenfassungen und hol mir mal die und die fragen noch daraus und beantworte mir die frage da kann man relativ schnell auch in so ein transkript und die inhalte eines solchen videos eintauchen richtig gut dann hat man das auf und chat gpt drin wenn man das irgendwie speichern will dann muss man das raus kopieren und weiß ich irgendwo in den one note reinpacken und dann liegt es da auch und wenn man das video noch dazu haben will naja muss man den link dazu stecken und wenn man da noch was weitermachen will und vielleicht da wieder ran will wenn man das noch wie auslesen will dann ist man auch schon wieder geht nicht so weiter also mehr baustelle dann integriert beispielsweise auch bei chrome kann man sich ja so plugins installieren wie zum beispiel das youtube summary mit chat gpt da habe ich dann quasi schon direkt im video player ein knöpfchen wo ich sagen kann mach mal eine zusammenfassung darüber ja und ansonsten geht bei vielen dingen auch cut and paste halt nach one note oder da ich auf dem mac system bin halt auch apple notes und was ich dann auch immer mache dass man sich man das ein video runterlädt und dann lokal hinterlegt weil man sorgt dafür meine videoproduktion wenn ich das mal selber dann so ein video mit einbinden will dann möchte ich das gerne auch hier lokal vor ort haben damit ich dann noch mal drauf gehen kann und und entsprechend das in meine videos einbinden kann so das ist aber alles irgendwie ziemlich aufwendig und nicht so richtig informativ und das sieht dann sozusagen ich sag mal so mein morgen sieht dann im prinzip so aus ich gehe auf meinen youtube-kanal rauf und schaue mir mal meine abos an und dann sieht man da sind jetzt hier nur sechste aber sind dann teilweise 20 25 videos ist allerdings ein youtube-kanal der ist seit 2008 gewachsen und da ist da ist eine ganze menge an kanälen doch ich glaube ich habe knapp 300 abos da drin ich muss da mal aufräumen aber das ist so eins dieser ich muss mal aufräumen themen aber ich gucke dann drauf und sehe wie zum beispiel hier und da sind ja drei videos drauf oder ist ein auszug aus dem letzten pnp extente copilot für microsoft 365 rechts daneben gibt es transform where you work with microsoft 365 copilot auch könnte auch interessant sein und dann natürlich der der pnp-plattform weekly call so das sind jetzt zusammen ich habe so umhin gerechnet zweieinhalb stunden video und wenn ich jetzt glück habe könnte ich mal darauf klicken und könnte sehen vielleicht haben die in den die beschreibung schon was reingepackt aber ich müsste mir jetzt eigentlich das irgendwie angucken oder ich müsste mit der hand zusammenfassen damit ich weiß ist da jetzt was für mich interessantes drin kriege ich da ein überblick oder ähnliches das wäre jetzt so die die an der ansatz und das ist natürlich zeitaufwendig also das hätte ich irgendwie gerne viel eleganter und einfacher und jetzt muss ich mal ganz kurz und das geht auch viel einfacher und eleganter ich muss dazu noch mal ganz kurz damit wir das auch tatsächlich mal live machen können ich muss nur mal kurz meinen smartphone starten ich schalte schon mal um was ich nämlich gerne hätte ich zeige euch mal das ergebnis was ich gerne hätte einfach mal von anfang an ich hätte doch gerne auf meinem smartphone dass ich nicht mein abo angucke sondern ich habe ein abo angekommen sagt auch die und die und die und die und die das wäre gut die würde ich gerne mal mir ein bisschen näher angucken und dann gehe ich irgendwann später auf mein smartphone nachdem ich meine python installation habe ablaufen lassen und bekomme dann eine liste von den videos die für mich gerade aktuell waren hier seht ihr zum beispiel die videos vom letzten tech accelerator und ich klicke dann mal darauf und dann bekomme ich hier eine schöne übersicht guck mal an da ist der co-pilot schon und dieses video handelte hier über deploy copilot von microsoft 365 von microsoft 365 help und small business kanal da ist die ul nochmal dauert 29 minuten nach der jeremy ist da schon da da ist das video link zum video und dann gibt es hier schon mal eine zusammenfassung also was kann ich in diesem video erwarten noch mal erweiterte zusammenfassung hier gibt es noch mal fünf keypoints hashtags und fragen und das habe ich also wenn ich mir das jetzt angucken will dann klicke ich einfach hier rauf startet das ganze und dann ich lasse mich darüber laufen und dann kann ich mir direkt hier raus das anschauen wenn ich dann das nächste video anfühle dann klicke ich einfach auf nächste video rauf und das alles indem ich einfach nur in meinem youtube was heißt im youtube ja genau auf meinem youtube gehen wir rüber dass ich einfach nur im youtube im browser eine erweiterung in richtung notion kommen wir gleich zu installiert habe und links daneben ist leider hier so ein bisschen verdeckte da ist eigentlich das one note plug in mit dem ich eine seite nach one note posten kann das macht genau dieses notion auch ich kann die innerhalb dieser seite in eine entsprechende tabelle in notion kopieren das sieht man da drunter ich klicke da oben rauf von der video rl da gibt es die video links da drunter und dann geht rechts das formular auf und dann klicke ich da unter save page und dann läuft das in eine liste in mit der url in notion rein und das ist die grundlage für meine bearbeitung da schicke ich jetzt ein python skript drüber und das holt sich jetzt alle videos raus macht das ganze hexenwerk und schiebt das alles in diese eine seite raus das heißt wenn das irgendwo fünf videos waren dann dauert das 20 minuten und am ende dann habe ich alles hier auf meinem iphone und kann mir ganz beruhigt schritt für schritt beim testing café morgens mal meine recherche machen das ist so mein privater redakteur den ich hier eingestellt habe der macht das sehr cool und ja das ist das ganze skript das die basis die dahinter steht und da gucken wir uns mal an was dafür bausteine drin sind ich habe schon ein bisschen was gesagt also die quelle ist youtube youtube kann man über die arti api oder sollte man auch ordnungsgemäß über die api drüber gehen muss man halt entsprechenden account haben es gibt aber auch tools in python wie pi tube und noch diverse andere die einfach so basis informationen über eine website herunterladen können die dann für bildungszwecke geeignet ist und das setze ich auch bei mir hier ein für die geschichte also ich greife einmal mit mit dem skript auf youtube zu und hole mir einfach mal erst mal das video dass ich weiß okay das möchte ich jetzt auswerten dann nutze ich für die transkription dieses videos also die umsetzung von sprache in text wisper das ist ein modell was auch lokal auf mac läuft nutze ich deshalb weil ich das in der ersten demo die ich mir dazu angeguckt habe gesehen habe deshalb habe ich das so eingerichtet so nachdem dann das das video sozusagen heruntergeladen ist transkribiert ist und ich zu all diese transkribierten die transkribierte datei und die videos bei mir auf der ssd liegen dann kommt der nächste schritt dass ich sage so jetzt nimmt das transkript und schicke es an open ai 3 5 oder 4 je nachdem was ich gerne hätte und verarbeite mal folgendes prompt und gibt mir mal das entsprechende summary oder die auswertung aus der generative ai zurück und speichere es auch wieder lokal ab das war so der erste schritt und der zweite schritt wie gesagt ich habe auch azure open ai und dachte mir wäre mal gut wenn ich das mal auch damit ausprobiere und habe mir dann eigentlich auch den zugang zu azure open ai aufgebaut und kann jetzt in zwischen diesen drei modellen wählen und sagen mach das mit dem mit dem oder mit dem je nachdem was ich dort einsetzen will und das fasst mir halt die transkription zusammen und schicke mir die transkription auch wieder lokal auf meine ssd so das ist praktisch so die decor funktion und um das ganze jetzt eben so schön zu gestalten da nehme ich halt notion und nehme es einmal um die liste sozusagen die playlist hier zusammenzufassen von den videos die transkribieren möchte und auf der anderen seite um nachher die präsentation der ergebnisse zu machen leider kann man eine youtube play liste die kann man halt nur über die api vernünftig abfragen und sofern konnte ich dann eine play liste nicht mitmachen aber ist auch nicht so schlimm so und dann kommt noch hinzu letzte technologie hinzukommen verschiedene skript und programmierwerkzeuge einschließlich verwendung von chat gpt github copilot und zur einrichtung der wirkungsmöglichkeiten drum und dran habe ich alles dort entsprechend mit eingesetzt so kommen wir mal zu dem thema warum eigentlich notion kennengelernt habe ich das auch erst durch ki weil in diesem ganzen generative ki und der ki umfeld seitdem ich damit auf twitter und so weiter verbunden sind wenn da irgendjemand weiß ich was die 5000 tollen tipps zur verfügung stellt dann ist das irgendwo auf notion oder ähnliches dann guckt man sich das an und sagt ach ja notion sieht ja gut aus das ist ja so eine verbisse ist eigentlich ist das ja so ist so wie one note loop und sharepoint listen für mich so in einem rund integriert perfekt aufzubauen und richtig einzubauen ich hätte es gerne auch mit diesen drei anderen tools gemacht funktionell würde ich das gar nicht hinbekommen auch die dieser zugang ist zu kompliziert dazu und ich glaube funktionell geht das auch gar nicht und insofern ist für mein zweck jetzt auch notion relativ simpel ich habe tatsächlich auch die free version ich habe noch nicht mal die paid version und es geht alles damit und das war einfach jetzt schon mal der ko grund dafür so so viel zu nennen das sind die tools die tools habe ich auch erst so nach und nach habe ich mir vorgegeben okay so und so müsste das gehen das ist ja auch iterativ passiert also erst mal youtube runterladen transkribieren dann hast du das und dann nächster schritt a mit chat gpt die summary machen okay hast du auch und der dritte schritt ist dann halt die präsentation und automatisierung mit über notion so und dann was habe ich dann eigentlich jetzt tatsächlich mit was musst du ja machen das erste war einrichtung einer entwicklungsumgebung auf dem macbook oder verwendung von visual studio code python virtuellen umgebungen um das system nicht zu überladen und das war das erste was ich gemacht habe das habe ich allerdings jetzt nicht aktuell gemacht sondern das hatte ich schon im letzten sommer gemacht ist vorbereitung zur internet reloaded wo ich nämlich einen workshop gehalten habe wo ich auch schon mal ein angepasstes python skript mit einem simulierten chat bot vorgeführt hatte und hatte mir das selber in visual code dort zu installiert aber der voraussetzung war ich habe ein macbook ich möchte jetzt visual code installieren und eine umgebung haben wo ich python mit programmieren kann wie mache ich das das kann man sich natürlich ein youtube video anschauen habe ich auch gemacht ein erstes youtube video und dann habe ich aber nochmal chat gpt gefragt damals sag mal mach mir doch mal eine anleitung was soll ich machen und dann gibt es halt die verschiedenen tipps und dann das geht dann mit ein bisschen fleiß arbeit ist das dann in der in einer halben dreiviertel stunde hat man das auf seinem notebook eingerichtet und anmerkung etwas später habe ich mich dann noch mit den virtuellen umgebungen also vnv in python beschäftigt wo ich quasi nicht alles in meinen macbook reinschmeiße sondern einfach in eine virtuelle umgebung das landet ist eine riesen dateiwolke ich habe heute das gerade mal kopiert dass irgendwie 39.000 dateien drin in dieser 1,2 gigabyte virtual environment auch interessant und habe mich damit erstmal beschäftigt damit ist nicht mein mein notebook da und alles voll hauen außerdem möchte ich es gerne auf so eine ssd haben damit ich es von einem rechner zum anderen mitnehmen kann das wäre ideal oder auch vielleicht mal in einen codespace auf github überführen kann aber gut das ist alles mit unterstützung von copilot chat gpt abgefragt habe ich alles halbwegs hinbekommen es gibt immer noch punkte wenn da mal eine fehlermeldung kommt die dann irgendwie mit ssl-zertifikaten oder so weiter arbeitet dann wird es kritisch dann gehen meine kenntnisse sowieso an der grenze und dann findet man nicht unbedingt die richtigen lösungen aber vom prinzip her läuft das schon so und das war dann das erste und dann kam als nächster schritt und das gehen wir ganz kurz sage ich im prinzip nur was ich dann gemacht habe kam natürlich erst mal dieses ding wie greife ich auf die videos zu wie lade ich sie mir runter und wie mache ich eine transkription schritt eins schritt zwei war dann wie mache ich aus der transkription mit einem prompt über open ai oder azure open ai ein entsprechendes summary und speichere das lokal und das dritte ist dann wie baue ich das halt in diese notion abwicklung ein dass ich eine liste habe wo alle videos drin stehen die ich dann verarbeite und die dann in eine notion tabelle ebenso wunderschön präsentierten angezeigt werden können so und das war im prinzip das was ich machen wollte und das ist halt programmieren mit copilot das ist die unterstützung von copilot und mein ausgangspunkt dazu war nachdem das alles installiert war habe ich erstmal gesucht gibt es denn irgendjemand der schon mal gesagt hat wie man automatischen youtube audio sozusagen transkribieren kann also mit dem runterladen war mir relativ schnell kader kann man mit 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 pi tube was machen und das ist jetzt keine raketenwissenschaft ist ein dreizeiler und dann läuft das aber wie mache ich das dann mit der transkription muss ich das auch im cloud service machen oder kann ich das auch lokal machen da bin ich hier auch bei jfdali.net auf diesem blog artikel geschrieben der hat das sehr gut beschrieben hat auch ein github repository gemacht und das war also die erste grundlage meines meines ersten skriptes was ich mir genommen habe mir angeguckt was damit drin ist und dann würde ich sagen wir schwitschen mal rüber wir schwitschen mal rüber auf meinen development map ich habe eine entwicklermaschine glaubt ja keiner hätte jemals mal sagen sollen ich sollte vielleicht mal ich bin hier so ein bisschen warte mal bevor ich jetzt einsteige wollte ich noch mal kurz gucken haben wir noch eine frage drin wir haben keine frage drin alles klar so dann gucken wir mal rein also das ist jetzt sozusagen meine visual studio code entwicklungsumgebung die hier habe das hier auf der linken seite sieht man mittlerweile dass ich mittlerweile diverse python dateien hier habe die sozusagen dieses ganze projekt einrichten am anfang gab es eine teil das war hier die y a t t t y t t t ich weiß gar nicht mehr warum ich diesen buchstaben kombination geworben genutzt habe solltet ihr wie sich youtube attt ich weiß es nicht transfer transcription transcription keine ahnung jedenfalls heißt die so und dann bin ich so schritt für schritt darin ausgegangen für zusätzliche funktionen einfach separate dateien anzulegen oder auch unterprogramm routinen anzulegen weil das einfach ein bisschen strukturiert das kannte ich halt aus meinen alten zeiten bei der dbass programmierter haben wir auch prozeduren und so weiter eingeführt und haben das dann separat ausgelagert damit dann die hauptprogramme übersichtlich bleiben und damit man auch die möglichkeit hat da flexibel darauf zu antworten aber und wir gucken genau und dann ist die sagt das ist meine umgebung und dann gibt es hier das skript und wir gucken uns einfach mal dieses master skript hier einfach an das nichts weiter macht als das ist habe ich hier oben reingeschrieben wenn die pipe tube bibliothek um ein youtube video herunterladen und mit dem vista modell von open ai zu transkribieren so und wie ihr seht hier unten rechts hier unten rechts im hier unten rechts im gtapp hier ist quasi der link wo man den gruppe breite chat aufrufen kann und da habe ich hier in der rechten seite eine chat funktion wo ich ihnen dann alles mögliche fragen kann und probleme lösen kann und mit ihm arbeiten kann so da ist der copilot eingebaut und der copilot ist auch hier in den text eingebaut das heißt wenn ich hier irgendwie schön arbeite und etwas schreiben will ich müsste natürlich an der stelle was machen wo was drinsteht also zum beispiel wenn ich jetzt hier hinter den code gehe und dann zum beispiel sage ich möchte eine kommentarzeile reinmachen dann sollte er mir eigentlich schon mal sagen genau vom open ai und würde mir dann schon vorschlagen was hier noch so fehlt oder ähnliches also bildet dann schon vorschläge was an diese stelle eigentlich kommen sollte muss ich nicht weitermachen also habe ich auch diese inline geschichte die ich hier arbeiten kann an diesen beiden stellen habe ich also die möglichkeit auf den copilot zu stellen hier kann ich auch wo reingehen kann sagen schreibt mir bitte mal den code damit ich diese datei jetzt im filesystem unterdings mit der video url speichern kann und dann baut er euch den code auf so wie das hier drin ist da hat man also man muss nicht wissen dass ich selber könnte jetzt nicht ein dreizeiler schreiben wie ich eine datei in python öffnen und dort inhalte speichern die die syntax ist mir nicht im kopfe aber mit copilot bräuchern ist das sage ich immer macht das und dann macht er das für mich und schreibt das so jetzt gucken wir mal einfach in den code rein damit ihr mal so ein bisschen grundprinzip und auch seht wie wie was ich gerade mal ans ende vor wie eigentlich erschreckend einfach das ist also wenn ich diese ganzen skripte jetzt mal zusammenfassen würde wieder in eine datei reinpacken würde den ganzen code den ganzen kommentar code rausnehmen würde die leerzeichen ich glaube das ganze ding wäre 120 130 zeilen lang mehr nicht also kann ich mir nicht vorstellen und überlegt dass ich damit fünf cloud diensten im hintergrund arbeite und dinge mache die an die vorhin noch nie gedacht habe dann ist das schon ziemlich ziemlich crazy ziemlich crazy okay also fangen wir an das gibt dann halt so kommentar sein was man dann zum beispiel bei python auch eben relativ einfach lernt wenn man hier so ein bisschen rumtippt dann sieht man da das ist ja hier die normale die normale unterstützen rot heißt also achtung da ist ein bicker fehler drin und wenn ich was wissen will dann sagt der unindent okay muss man eben lernen aber python hat anders als bei anderen programmiersprachen hat ein leerzeichen beim einzuchen eine separate bedeutung das trennt nämlich die einzelnen bausteine voneinander und da gibt es halt keine anderen weiß ich was so wie if send schleifen und sonst gibt es halt nicht also ja also sowas kriegt man da schon mal ganz gut mit raus so dann muss man halt in seinen python programm diverse bibliotheken oder andere mit importieren über pip muss man die installieren schön daran ist wenn irgendwas fehlt hier an sowas wenn ich hier mal gucken irgendwas was haben wir als erstes hier mit drin wenn hier irgendwas fehlt wo ist denn das hier ich lösche das mal raus gucken ob das funktioniert ich das mal hier ich rufe mal dieses programm hier unten auf was haben wir hier wir haben die youtube punkt so rufen wir das einfach mal auf im terminal hier unten und dann bekomme ich hier schon ein hinweis achtung da ist ein fehler drin da funktioniert irgendwas nicht und ich sehe dann auch an den bestimmten stellen im code hier drin ach guck mal hier fehlt was dann kann ich hier rauf schauen und sehr dann schnelle problembehandlung oder kann ich mit kooper regieren also da ist immer schon unterstützung mit drin in dem ganzen und das ist auch der vorteil hat so einer schönen programmier umgebung dass sie dann schon sagt wo dann so ein bisschen die fehler drin sind da habe ich eigentlich alle fehler die irgendwie drin waren habe ich damit immer wieder raus bekommen und wenn irgendwas gar nicht geklappt hat dann macht man einfach kopiert man das ganze ruft den copilot hier unten auf und jetzt nicht schreiben lieber copilot bitte ich habe hier ein problem kannst du was machen ich bin mittlerweile schon da übergegangen ich sage gar nichts mehr ich packe den bloß rein macht knopfdruck und sagt alter was ist mach fix mach ganz und dann sagt er mir okay der fehler index eure list index aus of range bedeutet dass sie ohne skript versucht auf ein element aus der liste ist ist bla 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 und da fehlt etwas und sagt mir wo das ist und ich müsste dann das so und so aufrufen und das liegt daran weil das hier schon fortgeschrittenes skript ist weil ich das mittlerweile eben von einer anderen vom anderen skript aufrufe und dabei parameter übergebe und diese parameter die dann hier unten kommen die werden halt hier über dieses das ist entsprechend übernommen diese beiden parameter am anfang hatte ich hier einfach so url input drin das heißt ich habe direkt diese eingabe fenster abgefragt und habe die url quasi dann in den terminal eingepostet und dann mit weiterverarbeitet aber das ist jetzt mittlerweile über die automatisierung schon anders geworden insofern ist dieses skript halt immer weiter geworden ja und dann baut man das halt hier auf wichtig ist dass man dann relativ schnell auch rankommt durch so ein copilot ein bisschen ordentlich zu programmieren insbesondere die zugriff auf diese externen dienste erfolgt ja in der regel über eine api über ein api key den man dazu braucht also ein autosierungs tool so gehe ich halt oben ja hin sag ich stelle mir neuen key dann bekommt man diesen endlosen key und wenn man dann ein bisschen unerfahren ist dann würde man sagen oh mein api key hier für open ai ist gleich und dann sagt man hashtag und kopiert da eins zu eins diesen key mit rein ist natürlich nicht so gut das heißt wenn ich jetzt dieses skript irgendwo veröffentlichen ist dann mein key drin welchen nicht deaktiviert hat kann da jeder auf mein account zugreifen also macht man das nicht sondern die richtige lösung ist man baut so eine environment datei auf mit variablen die mit punkt ist also versteckte datei und dort drin stecken alle meine entsprechenden api keys die ich jetzt wenn ich auch mache dann logisch und die kann man sich aber hier einlesen und dann lese ich mir jetzt also hier die open ai key ein auch von azure lese ich mir die keys entsprechend ein da ist dieses einrichten etwas komplizierter weil man da quasi erst so ein endpoint installieren muss über das azure portal ich bin kein spezzi im azure portal aber auch das habe ich relativ einfach hinbekommen und zwar einmal wenn man erstmal weiß wo in dieser endlosen navigation vom azure portal das drin ist dann ist es auch relativ einfach das einzurichten insbesondere wenn man kurz vorher noch mal chat gpt gefragt hat oder tatsächlich meine doku nachguckt wie das geht also auch kein problem und ich habe mir ja auch noch die datei system folder hier definiert weil ich habe nämlich das was ich jetzt hier herunter lade habe ich beziehungsweise ein bisschen ruhe ich habe mein code mein projekt hier so strukturiert dass ich allen code hier in dieses unterverzeichnis code reingepackt habe und alle daten die ich generiere die habe ich hier in dieses verzeichnis data gepackt und die unterverzeichnisse richten sich dann jeweils nach der video url aus und die output und den projekt folder habe ich halt auch in die environment war ja dann getan dass wenn ich das mal woanders hinlegen will ich das relativ einfach hier anpassen kann gut dann wird es angelegt und dann kommt man auch so dass man dann so mal anfängt auch auf vorschlag von chat gpt wenn man fehler drin hatten sagt ja wenn das überprüfen willst dann guck doch mal nach und dann mache halt hier noch mal so eine überprüfungsfunktion rein und dann baut er mir das so schrittweise auch okay das ist so ein bisschen grundinstallation und das hier oben diese ganzen pakete drin steht das kann dann auch mal so nach und nach ich brauche jetzt noch aber projekt gestalten geht nicht fehlt was du musst noch es fehlt jetzt open air das fehlt noch das installiere jenes und dann macht man halt pip install oder upgrade und wenn was nicht funktioniert in den chat posten und wenn was gar nicht funktioniert nimmt man das ganze und post es in chat gpt4 und sagt guck doch du bitte noch mal drüber und bekommen von da auch noch mal ziemlich coole antworten die es lohnt sich also in beiden fällen damit umzuarbeiten so dann gehen wir mal in den ablauf rein da macht er jetzt nichts weiter als dass er sich einmal hier die url aus dem vom skript übernommen nimmt und ich kann mittlerweile auch das ein modell übergeben azure gpt3 oder gpt4 das kann ich vorher auch darüber geben womit ich jetzt quasi das aktuelle video was hier bearbeitet werden soll sozusagen transkribieren nicht transkribieren sondern zusammenfassen lassen möchte dann gibt es halt hier aus diesem youtube modul diese entsprechende objekte raus und ich kann dann zum beispiel was habe ich noch gestern schon mal zeige alle objekte im jt ich glaube das funktioniert hier ist mit kopalt mache und dann okay dann schreibt er mir jetzt in print youtube aber ich kann das auch noch so machen also man weiß mit print youtube könnte ich das entsprechend machen kann es wieder verwerfen was ich aber hier machen kann ist ich kann mir dann über die entsprechende funktion aus dem objekt youtube kann ich mir hier die metadaten auslesen lassen das ist dann youtube.titel ist der titel youtube.autor ist der autor dieses beitrags die länge des videos kann ich mir hier in sekunden runter holen ich bekomme auch noch mal die youtube id und habe mir dann hier ein entsprechendes dictionary erstellt was wahrscheinlich überflüssig ist weil ich das ja oben schon habe egal und dieses dictionary schreibe ich dann als datei hier über file namen über den output pass den ich mir dann zusammenbaue in die datei metadata.txt und wenn ich mal hier in ein einzelnes video reinschaue dann seht ihr hier kommt zu diesem video diese daten die dann runter schon wird aus mit dem tool runtergeladen aus der youtube seite extrahiert und dann hier in so einem strukturierten format gespeichert dass ich darauf auch entsprechend für jederzeit nachher wieder zugreifen kann so damit habe ich mir erstmal die metadaten runtergeladen dann kommt der nächste punkt dass ich mp3 dateien für die transkription und mp4 datei für die video archiv runterladen will dann wird hier auch ein entsprechender pfad gebildet wo die dann entsprechend gespeichert werden dann habe ich hier am anfang immer bei jedem aufruf das skript immer alles runtergeladen und dann dachte ich mir das ist ja auch nicht so da verbrennt sich auch schon wieder bäume und so weiter da muss man ein bisschen aufpassen da muss man auch sparsamer mit umgehen da habe ich gesagt okay prüft doch immer vorher ob die datei schon da ist und wenn ja dann überspringt das einfach und wenn sie nicht da ist dann hat sie nur runter auch das war relativ einfach zu sagen wie mache ich das und dann hat er mir halt im runde diese fnl schleife da ausgebaut ja ist jetzt wenn man weiß wie es kein thema aber für mich der jetzt nicht wusste wie das also wie ich das tatsächlich dass ich sowas brauche wusste ich schon ich brauche halt so eine prüfung aber wie ich die konkret in python mache wusste ich nicht und das hat er mir jetzt hier aber wunderbar gemacht und das funktioniert jetzt mittlerweile zurzeit habe ich hier und holt dann hier über den audiostream über das youtube objekt was ich hier habe oder sich den streams runter und dann holt er sich lädt den herunter und speichert den dann lokal schreibt auch nochmal in die in das skript dran dass er das gemacht hat und dann kommt die halt zum mp4 datei das habe ich derzeit ausgeschaltet lad das nicht runter und dann ist fertig so dann baut er hier noch mal den youtube titel das muss ich mal raus lassen das war früher mal da wollte ich in die dateinamen noch einen teil von den youtube titel reinnehmen war hat sich nicht allein dann kommt jetzt die frage gut jetzt habe ich runtergeladen das habt ihr ja gesehen hier und wir müssen mal reinschauen da wollte ich jetzt gerade mal reinschauen also wenn er es runtergeladen hat da habe ich im tier mittlerweile die mp3 datei drin ich habe hier die metadaten drin und jetzt will ich hier natürlich auch noch das transkript haben und dann rufe ich halt hier das wisper modell auf und das ist das transkript das transkript ist einfach hier wisper modell aufrufen und das ergebnis davon wenn ich das hier rüber mache ist halt das entsprechende transkript das aus dem transkribierten text erstellt wird und ich schreibe halt in den transkribierten text also die abspeicher ist halt dass ich einmal den metadaten string nochmal nehme den vorne ran schreibe und dann das was jetzt aus diesem wisper modell zurückkommt quasi hier in diese datei punkt txt speicher und das ist dann dieses und dann sieht man hier oben die metadaten und dann kommt hier für dieses video das ganze transkript ist ein kurzes video deshalb ist das transkript auch nicht so lang fertig dann spreche ich wieder zurück und super so und dann kommt der nächste schritt jetzt möchte ich das ganze jahr halt an die ki schicken damit es mir zusammenfasst und dann das erste was ich hier gemacht habe da gibt es noch so ein tool language detect ich lasse feststellen in welcher sprache das transkript ist was erstellt worden ist ist in englisch dann setze ich diese variabel auf please answer in englisch ist sie deutsch sage ich antworte in deutsch und dann baue ich hier die prompt auf die ich jetzt an das modell schicken werde mache ich zwei ein system prompt und prompt base hier vorne schreibe ich halt ran je nachdem wenn es in deutsch ist dann soll das in deutsch ausgeben wenn es in englisch geht es in englisch raus und dann ist das hier sozusagen aktuell meine beiden prompt sich da drin habe das ist auch etwas in zukünftiger arbeit wo ich sage das müsste noch transkribiert werden das müsste noch ausgebaut werden so und dann wird das ganze hier zack 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 wird geguckt mit welchem modell soll das jetzt verarztet werden wenn das mit azure ist dann geht es über azure ansonsten geht es über open ai und er ruft dann jeweils immer diese entsprechende api auf die ich ja auch extern rausgeschlüsselt habe ja sie ist extern verteilt das heißt ich kann das ist der vorteil jetzt an meinem skript wenn ich hier nochmal zurückgehe ich habe jetzt drei modelle drin wenn jetzt aber auch wie klot mal hinzukommen sollte oder ich mache ein mistral oder was da immer kommt ist das ist für mich relativ einfach dieses zu erweitern indem ich einfach einen neuen baustein einfüge und sage und wenn dann mis ist dann nun nehmen das und dann kann das jeweils auf die eigenarten gehen dann wird das halt dann transkribiert und dann ist er mit dem ding auch fertig weil das was da zurückkommt speichert er dann geht dann also ne speichert er nicht ab sondern wenn wir in die azure api gehen dann lädt er sich das hier rein arbeitet das ganze ab schickt also hier authentifiziert sich beispielsweise bei azure open ai gibt das modell rüber mit dem gearbeitet werden soll gibt die beiden prompt rüber die rüber gehen soll kann dann hier noch die konfiguration machen tokens und so weiter und so fort und anschließend extrahierter der zurückgehende text wird dann entsprechend in der fall im verzeichnis gespeichert unter diesem und dann hat man hier das wunderschöne analysierte kann skript und das ist und das ist so und das ist praktisch dieses dann gibt es halt das nächste ist dann und das ist so quasi das was ich jetzt hier in der grundstruktur gemacht habe und das ist immer so in der interaktion mit wenn irgendwas nicht geklappt hat hey github sag mir warum funktioniert das nicht kannst du das fixen was habe ich was falsch gemacht und dann kam dieser hinweis und dann kann man das nicht umstrukturieren und so weiter interaktiv schrittweise lernen und das große coole daran ist dass das richtig spaß macht weil man relativ schnell immer wirklich auch zum ergebnis kommt und hier weiter arbeiten kann so jetzt gucke ich mal auf die uhr wir haben noch zehn minuten das reicht ich gehe jetzt mal ganz schnell noch durch die sneaks das gehe ich nochmal durch das ganze von notion dazu auch notion ist halt wieder etwas bisschen komplizierter na kompliziert ist auch nicht notion hat den großen vorteil das sind eigentlich seiten auf den seiten werden blöcke platziert und jeden blog kann man einzeln adressieren und ansprechen und genau das mache ich im prinzip ja auch ich stelle eine verbindung zu meinem notion her und das können wir mal hier nochmal aufrufen ich habe das glaube ich hier ich habe das hier irgendwo geöffnet wo ist denn hier so ich kann hier auf der seite einzelne blöcke hinzufügen das sind alles bausteine die hier eingebaut sind wo man will kann man hier neuen blog ich mal hier unten runter gehe an die stelle so ich gehe mal nee halt nicht ganz runter so hier unten und ich sage jetzt mal hier kommandos und dann sieht man hier was man alles hinzufügen kann und jeden dieser blöcke die man überschrift trainer oder datenbank oder bild oder video oder was auch immer was man machen kann all das kann man eben auch also nicht alles aber ein großteil davon kann man eben auch über über die api machen und das habe ich dann einfach auch mal eine notion api ausgelagert das praktisch so wie man so einen blog schreibt das sieht natürlich auch ein bisschen kryptisch aus aber ist relativ simpel das ist hier rich text blog der muss halt so geschrieben werden und dem übergebe ich jetzt ein parameter zu welcher seite auf welche seite er geschrieben werden soll was für ein text dabei ist und wie der aussehen soll wie lang er sein soll und das kann ich dann hier auch mit quasi mit den zurück hier machen wir wieder zu und das kann ich damit ein video machen mit einem youtube video mit einem script mit einem pretty text der dann wenn man den ein bisschen hübscher haben will eben auch die möglichkeit gibt hier bold interleg oder strike so oder sowas mit einzusetzen farben noch zu setzen also kann man sich noch richtig austoben in der gestaltung und design dabei mein hammer war eben dass ich bei dem text was ist nicht beim text wo habe ich das denn eingefügt mal gucken bei video auch noch nicht wo habe ich das habe ich bei der erstellung von das muss ich auch noch gucken das war jetzt für mich auch noch mal so das wichtige dass wenn ich die seite erstelle ich bin frustriert weil ich finde es nicht dieses icon dazugefügt habe das fand ich doch so cool warum finde ich das jetzt nicht muss ich mal gucken irgendwo war noch das icon hinzugefügt von der seite irgendwo habe ich auch noch den das icon an die seite angefügt ja also dass das praktisch dieser kleine icon das kann man auch noch machen also diesen schnickschnack habe ich mir auch noch gegönnt auch praktisch wenn man einmal kapiert hat dass das so eine struktur hat das muss natürlich aufpassen darf ich jetzt einrücken dass man da nicht irgendwie eine klammer löscht oder ähnliches aber kann man im prinzip auch alles lösen mit hilfe von copa einfach indem man diese einfach noch mal checkt so damit ist dann die notion api auch gemacht und dann das ganze mit der playlist und dann kommen wir gucken mal wie das gesamte funktioniert playlist ist jetzt eine funktion die jetzt nacheinander folgendes macht die geht jetzt hier quasi die rufe ich auf und die startet mit dieser mit meiner tabelle hier in notion wo ich alle meine youtube videos ab rein machen wir das mal jetzt nehmen wir mal dieses hier employee quick setup ich rufe dieses video auf klicke hier oben auf die notion ja klicke jetzt hier oben auf youtube links und sage speichere mir diese seite jetzt hat er sich diese seite hier gespeichert und ich gehe jetzt mal in meinen notion rein und gucke mal hier in die youtube links und dann seht ihr oben hier oben ist gerade die url jetzt eingeflossen und dann ist auf das mache ich auch noch dann hier dann ist hier auf false gesetzt damit wenn da durchgeht die die schon verarbeitet nicht normal verarbeitet logisch auch etwas sondern relativ einfach umsetzen kann so da steht jetzt also drin was ich gerne hätte dann gucke ich hier rein und genau das machte jetzt auch und dann geht hier rein sucht sich das modell raus ist hier hinterlegt ruft dann die verschiedenen pass auf und baut dann hier einfach noch mal lest die notion datenbank aus holt sie das also raus und solange das dann zu ist zieht er sich quasi nacheinander raus macht dann erst mal python 3 notion und macht jetzt seit neuestem auch noch 11 labs und das gucken wir uns jetzt mal an wie das funktioniert ich rufe das also mal hier auf und zwar rufe ich das jetzt mal auf mit dem ich hoffe das funktioniert ich habe jetzt nichts falsches hier eingetragen wir setzen jetzt mal hier aufrufen jetzt hier mal die playlist auf so und jetzt gucken ob das funktioniert jetzt sehe ich da sie oh ich habe da zwei dinge gefunden aber jetzt habe ich hier was viele mal auf der youtube ist jetzt habe ich irgendwo habe ich jetzt notion hier jetzt habe ich irgendwo habe ich wo ist es jetzt drin jetzt kann man gucken wo ist der fehler machen mal gucken ob wir den fehler rausfinden schnell mal schauen wir gehen wieder auf den chat und gucken uns mal an was ist denn jetzt hier los in der zwischenzeit können wir schon zeile 72 in zeile 72 wo ist denn die zeile 72 hier was habe ich denn da gemacht für einen fehler steht auch youtube url ja ich weiß was ich gemacht habe ich habe die seite nicht gespeichert nachdem ich sie verändert habe und deshalb ist da ein fehler dran da muss man sich auch mal gewöhnen gut dann rufen wir das ganze noch mal auf jetzt geht da auf die seite darauf das ist falls und jetzt kommt auch durch jetzt kann er das schreiben wir merken uns mal die url das ist xv mit damit beginnt da gehen wir mal hier rüber und dann schauen wir mal in die datei hier rein und sie sehen mit xv legt er jetzt hier gerade an und siehe da mit xv6ci ist the page created successfully hat er schon gemacht und jetzt kommt noch diese leitung und jetzt gucken wir ob das gleich so funktioniert wie ich mir das vorstelle denn das was ich jetzt noch nicht gezeigt habe the video provides a step by step guide on how to set up microsoft 365 for business it emphasizes the importance of installing microsoft 365 apps adding a new business email account in outlook using teams to communicate with co-workers and access shared files moving personal work files to one drive and accessing microsoft 365 from mobile devices ich habe da nämlich noch die 11 labs text to voice schnittstelle eingebaut und schicke dann einfach mit dem entsprechenden code baustein schicke ich einfach mal den den analyze text da hoch und lasse mit einer von mir selbst synthetisierten stimme übersetzen und habe dann jetzt hier meinem output tatsächlich auch noch mal dieses summary und da ist entsprechend der teil mit der ich das einsetzen kann und gleichzeitig ist aber auch natürlich jetzt den notion drin das heißt wenn ich hier reingehe in meine youtube research und gehe ganz nach unten dann ist jetzt gerade hier dieses was wir da saß transkribiert haben komplett drin und ich kann es mir jetzt anschauen das hat funktioniert so und das alles ist doch schon irgendwie eine recht coole sache und da komme ich jetzt noch mal auf meine ich will jetzt auch meine lochkarte auf meinen ersten rechner zu auch mein kleines skript was ich damals an die mc geschickt habe ich glaube ich habe vermutlich an diesem skript länger gearbeitet an dem hier und was ich jetzt damit machen kann wo ich diese diversen cloud service hier überall miteinander verbunden habe und sie eingerichtet habe dann ist das schon echt faszinierend das macht richtig spaß und das sind jetzt so ein paar dinge die jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen möchte was natürlich im entwicklungsprozess immer gut ist dass ich hier abhängigkeiten oder fehlende bibliotheken relativ leicht bekomme weil da fehlt irgendwas und ich kriege hinweise dazu das hat mich sehr gut unterhält strip skript fehler werden unterstützt bei der code erstellung unterstützt mich der copilot hier ganz gut also ich bin ja noch nicht profi im copilot für github sondern einfach nur so mit hausmitteln genutzt und als wie gesagt als virtuelle assistent in kombination mit chat gpt um mal eine alternative zu haben also programmier vorschläge bewährte praktiken lösung für fehler kontinuierlicher interaktiver prozess etwas vorzumachen ist wirklich echt super und macht richtig spaß und bringt einen auch richtig weiter die demo haben wir schon gemacht meine erfahrung ist halt baustellende ideen was ich gerne machen wollte also da steht irgendwo noch drin sprachausgabe das habe ich jetzt schon geschafft das müsste jetzt irgendwie noch mal richtig integriert werden dann das nächste ist prompt engineering dass ich meine prompt variante mache dass ich unterschiedliche prompt habe ob es ein how to video ist ob es ein talk video ist ob es eine panel diskussion ist ob es ein reiner news video vor talk ist oder diskussion genau ob das alles mit drin ist und ganz unten steht auch noch mal ich hätte das auch gerne mal ein sharepoint war nur list und power das wäre vielleicht überlegung wert das habe ich euch gerade schon gezeigt aber bevor ich meine lösung habe habe ich jetzt noch die absolute knallerschote denn ich habe mal so ein proof of ich muss umschreiten ich habe einmal ein proof of concept gemacht noch mal was mir gestern wo es denn hier blieben hallo da und habe mal eine sharepoint seite gemacht in die ich hier dieses video angefügt hat nun hören wir uns das mal an ja willkommen zu your co pilot news update your go to source for the latest in a.i. and technology innovation today we have three exciting news items to share with you first mary david posh and bobby kaschori introduce co pilot for microsoft 365 they discussed the groundbreaking role of a.i. in its development and showcase key features design to redefine productivity so ihr könnt euch vorstellen dass das hier eine sharepoint seite so oben ist ein news ding der hat die drei aktuellen summaries aus den transkripts aus den summaries von von gen.i.i. mit eingebaut packt hier die videos mit rein und dadurch dass ich in stream drin bin habe ich hier auch entsprechende marken reingesetzt hoffe da mal in zukunft mal direkten links zu machen dass man an der stelle dann auch direkt in die darunter positionierten videos gleich verzweigen könnte das wäre doch eine coole geschichte wenn man so was mit einrichten könnte ist ein bisschen gefakt ist aber komplett mit den das video habe ich selber noch manuell schneiden müssen war aber ja und dann hätte ich da quasi morgens eben nicht meine videos mehr anzugucken sondern ich hätte meinen automaten der mir quasi gleich das sozusagen aufs ohr gibt als ein entsprechendes automatisiert erstelltes news programm das ist nicht mehr weit weg mit ein bisschen fleißarbeit habe ich das auch noch eingebaut abschließend meine learnings ich habe einen super guten einstieg jetzt noch mal so auch in die python programmierung bekommen und vor allen dingen die die lösung hier umzusetzen weil letztlich das python ist er für den ganzen schnickschnack drumherum aber die einzelnen arbeiten nimmt jetzt komplett diese apis ab mit es sind fünf zeiler für azure und für gpt und das ist ein wahnsinn was man darüber kriege es ist dopamin habe ich gesagt genau fast der spaßfaktor ist immens für mich jeweils vor allen dingen weil man tatsächlich nicht an den punkt kommt wo man verzweifelt sondern man kommt irgendwie immer weiter und man sieht immer es geht weiter es geht weiter es geht weiter es geht weiter und nicht wie früher bei bei mir bei der raspberry programmierung wo ich sage ich habe keine ahnung ich weiß nicht mehr wie es weitergeht das hilft mir nichts mehr genau man hat eine funktionierende lösung ich bin kein profi macht es letztlich das ganze programmierer überflüssig ich mag mich dieser diskussion nicht an und was ich übrigens auch bekommen habe ist ein einblick in die kosten denn man kann sich natürlich auf azure und sowohl auch auf open ai entsprechend die kostenschutzsysteme und hier seht ihr das hat mich jetzt was hat es kostet 40 cent hat mich seit 28 februar die entwicklung dieses dinge gekostet so dass das überspringe ich einfach mal und sage mal einfach das war mein kleiner ausflug in die programmierung mit python mit hilfe von copilot ich hoffe das hat ein bisschen spaß gemacht und wenn ihr fragen habt oder auch weitere informationen haben wollt schaut bitte gerne auf meine linkedin seite vernetzt euch mit mir und ich gebe noch mal zu bedenken auch der podcast lohnt sich zu abonnieren in dem sinne vielen dank fürs dabei sein und dann stürzt euch jetzt in die session mit alex der euch noch was über führungskräfte erzählen wird liebe sandra das ist aber schön michael dass du jetzt deine eigene session abmoderiert hast aber das lasse ich nicht zu ist ja nicht schlimm genau das möchte ich gerne machen ich habe mich ich habe das nebenbei verfolgt hier ich bin also ich muss ganz ehrlich sagen ich konnte nicht reinschauen weil ich auch bei dem marco drinnen war und da ging es echt auch wirklich tief runter ja also in die code zeilen und zwar mega spannend aber ich werde mir deine session auf alle fälle hinterher angucken also auf alle fälle das war so mega was ich da so am rande immer wieder auf dem ipad gesehen habe vielen vielen dank ich hoffe euch hat es auch gefallen lasst noch mal so einen richtig schönen reaction da so ein bisschen schlapp schlapp klapp klapp herzchen und sowas hier in der art bevor ihr jetzt gleich geht wobei ich glaube wir sind nur noch zu zweit nee der urs ist noch da der marius ist noch da also wenn ihr mögt wenn euch das gefallen hat lachten klatschen da wir werden auf alle fälle die die session noch auf youtube hochladen da freue ich mich auch da wird es dann auch noch mal ordentlich traffic hoffentlich geben und dann würde ich sagen lieber michael herzlichen dank dass du da warst auch vor allen dingen so kurzfristig noch dazu gekommen bist ja danke dass das noch geklappt hat genau heute hätten wir noch ein slot frei gehabt weil wir noch einen einen ausfall hatten spontan aber so ist das leben ganz kurz am 19 ist in berlin ja microsoft ai tour und ich bin am community hub also falls jemand vorbeikommt kann er gerne vorbeischauen mit so e g Untertitelung des ZDF, 2020